Yo guys, Blue Gangster hier mit einem neuen Video Request Tutorial für Tekken. Und zwar wurde ich gefragt, wie macht man denn Instant While Running und Instant While Standing bzw. Wave Dash While Standing. So, zuerst Instant While Running, weil es das einfache von beiden ist. Was macht ihr? Ihr nehmt euch den Charakter, mit dem ihr das üben wollt. Irgendein Gegner, völlig egal wen, eine Stage mit Wall, sagt er soll sich ducken, hier Gegnazion Hockey und Neustart Position Mowershock. So, und dann geht's eigentlich schon los. Ach, Side Note, ich mach das hier auf einem neuen PS3 Controller, also ist meine Execution nicht on point. Deswegen werde ich wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen. So, ähm, eigentlich wie, wie das, die normale Version funktioniert, wie auch mit jedem Charakter auch ist. Man rennt und dann drückt man bei Armor King jetzt den Two Grab, bei Dragon Love Two, ähm, bei Horlang Three oder sonst was. So, und Instant While Running ist die Abkürzung davon, die so funktioniert. Ihr müsst dreimal insgesamt nach vorne drücken, das seht ihr hier, dreimal. Okay, und genau auf dem dritten Forward muss dann der jeweilige Move sein. So, ähm, warum der mir bei, warum der bei mir viermal Forwards zeigt, ist folgender Grund. Und dann, seht ihr das, was ich hier mach, ist forward halten und ich presse jede zweite Frame Two, also Dreieck. Ich drücke hier, eigentlich drücke ich nicht so schnell, doppelt so schnell forward wie Two, also Dreieck. Und trotzdem zeigt er das an, weil ich es nach vorne halte und er das sozusagen als Extra-Command ansieht. Deswegen wird es bei euch wahrscheinlich auch nicht nur genau drei Pfeile anzeigen, wenn ihr das Instant While Running macht, sondern vier, wahrscheinlich auch fünf, je nachdem wann ihr loslässt. Aber, um zu wissen, wann ihr es richtig oder falsch macht, sehr gut wäre das zum Beispiel hier mit Armor King, ist, wenn ihr es falsch macht, also dreimal nach vorne und dann genau auf den dritten den Grab. Wenn ihr es richtig macht, geht der R mit der linken Hand ein bisschen nach vorne, beziehungsweise mit beiden fast gleich. Macht ihr das falsch, kommt entweder das hier raus, das mit dem rechten Arm nach vorne geht etwas, oder zu weit nach vorne. Dadurch könnt ihr entscheiden, okay, kam der jetzt raus oder nicht. Okay? So. Und am besten das zu üben, da gibt es kein Extra-Trick, kein Cheat, gar nichts, das ist einfach nur Execution-Training. Ihr macht das so. Ja. Ein Backdash und dann das hier machen. So. Das wird sozusagen Level 1 sein, das ihr trainieren müsst. Das macht ihr, bis ihr es zehnmal hintereinander geschafft habt. Und dann macht ihr das hier. Ihr startet neu und dann direkt hier. Also nicht nach vorne gehen, nicht nach hinten gehen, sondern direkt aus dieser Position. Okay? Das macht ihr dann auch, bis ihr das ungefähr zehnmal drauf habt. Und dann, letztes Level eigentlich ist, so weit nach vorne wie möglich, dass kein Abstand da ist. Und dann von dieser Position aus zehnmal. Dann könnt ihr das auch mit Dragunov machen, mit Horlang machen, mit sonst jemandem. Dann ist genau das selbe Prinzip. Genau das gleiche. Nur der Button, den ihr dazu drückt. Bei Armorking ist es jetzt 2 plus 4. Bei Dragunov ist es nur 2. Nur das unterscheidet sich. Aber von der Mechanik her ist es eins zu eins dasselbe. So, wenn ihr das noch krasser machen wollt und noch genauer werden wollt für Execution Training, dann könnt ihr ruhig mehr Abstand haben, weil dann müsst ihr das aus dem Wave Dash schaffen. Ihr macht ein Wave Dash. Ist es nur 4W2? Ja. Wave Dash. Ganz normal, ohne, ohne nichts. Einfach ein Wave Dash. Ganz normal raus, einen. Und dann, und dann ganz schnell danach 4W2 bei Armorking 2 plus 4. Das kann im Prinzip jeder, der ein Wave Dash drauf hat. Jeder, der ein Wave Dash drauf hat. Also nicht nur die Mishimas und Jin, sondern auch Horlang, Bob, Armorking. Bei King bin ich mir nicht sicher. Aber die könntest du auf jeden Fall. Jeder, der einen normalen Wave Dash drauf hat, kann ein Wave Dash Wild Standing. Aber für, sage ich jetzt mal, Leute, die denken, die müssen wirklich übertrieben komplett von Null anfangen, weil sie die Basics noch nicht drauf haben, denen würde ich empfehlen, erst mal das hier zu lernen. Sich zu ducken und dann direkt raus den Wild Standing Move zu machen. Ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der rauskommt, wann der rauskommt. Um sich einfach an den Move zu gewöhnen. Ich würde euch nicht empfehlen, runterzudrücken, weil er dann manchmal einen Sidestep macht, sondern Down, Back. Wenn ihr vertraut genug seid mit dem Move, den ihr im Wave Dash Wild Standing machen wollt, dann müsst ihr ein Crouch Dash machen. Ja, nicht komplett raus. Ihr macht einen Crouch Dash. Ihr geht nicht komplett raus, weil ihr dann sozusagen eine Frame verschwendet. Es ist zwar möglich, aber das hier ist, das hier, was ihr gerade seht, das ist dasselbe wie das hier. Okay? Das ist nicht Instant. Das ist einfach ducken und dann Wild Standing 2. Deswegen nicht den Wave Dash komplett, den Crouch Dash komplett durchziehen, sondern während ihr beim Down Forward seid, hier seht ihr das, Down Forward, okay? So schnell wie möglich ein Back plus 2 zu drücken. Nicht zuerst Back und dann 2, nicht zuerst 2 und dann Back, sondern beide gleichzeitig. Okay? Also ganz schnell rein und wieder raus und zack. Wo ihr euch selber kontrollieren könnt, wann ihr es wirklich richtig macht ist, um sozusagen das einzugrenzen zu können ist. Mit Devil Jin jetzt, wenn ihr es zu spät drückt, kommt ein WGF raus. Wenn ihr es zu früh drückt, kommt ein Back 2 raus. Okay? Und je nachdem, was rauskommt, wisst ihr dann, okay, Back 2, ich habe es zu schnell gedrückt. Okay, WGF, ich habe es zu spät gedrückt. Und erst, wenn ihr das aus dem Crouch Dash wirklich drauf habt, wie gesagt, zu früh Back 2, zu spät WGF. Dann könnt ihr das aus 2 machen. So, wie funktioniert das, wenn ich es aus 2 mache? So, wie wenn, es ist dasselbe mit 3, mit 2, mit 3, mit 4, mit 5, mit weiß ich nicht wie viel. Es ist genau dasselbe System. Und zwar, wenn ihr euch das wirklich in euch eingebrüttelt habt, wann ihr das Timing drauf habt, den rauszuhauen, dass er dann wirklich perfekt rauskommt. Dann macht ihr das bei 2 Dashes so, bei 2 Wave Dashes, beziehungsweise Crouch Dashes so, dass ihr den ersten ignoriert. Ihr konzentriert euch nur auf den zweiten, beziehungsweise auf den letzten Dash, weil ihr da genau dasselbe Gefühl haben müsst, wie wenn ihr es direkt aus dem Crouch Dash macht. Mehr ist es nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt aus 2 mache, dann ist der erste Dash, den ich mache, der erste Crouch, der ist für mich komplett unwichtig. Ich mache ihn zwar, aber ich beachte ihn gar nicht. Und dasselbe ist es mit 3, wenn ich es hinkriege, mit 4, so, und mit 5, mit 6, mit sonst was. Also macht ihr das so. Zuerst 10 Mal aus dem ersten, dann 10 Mal mit 2, dann 10 Mal mit 3, dann 10 Mal mit 4 und 10 Mal mit 5. Und wenn ihr irgendwo am Anfang mittendrin kurz vor Ende falsch gedrückt habt, dann macht ihr nicht dort weiter, sondern fängt direkt wieder von vorne an. Also direkt wieder hier. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, oder irgendwie Sachen in Matches gesehen habt, die ihr euch selbst nicht erklären könnt, von wegen, wie hat er das gemacht, wie funktioniert es, fragt mich, schreibt sie in die Kommentare, sonst was, und ich mache ein Video darüber. All right, dann. That's everything. See you next time. The Blue Gang says out. Peace, YouTube. Word.